Tanzen ist mein Leben. Tanzen ist der Raum, ist die Welt, ist eine Welt, in die ich abtauche, wo ich mir selbst begegne und wo ich mich selbst heile. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich denke, dass es nicht gut ist, wenn man Leute immer als Flüchtling betrachtet. Also klar, das ist ein gewisser Status, ist verbunden mit Aufenthaltsgenehmigungen und was auch immer. Aber jetzt so, wenn man die Person als Mensch betrachtet, dann soll einem nicht immer dieses Flüchtlingsding anhaften irgendwie. Also das verhindert halt auch viel. Das verhindert viel Ankommen und viel normalen Alltag und normale Kontaktaufnahme. Ich bin 14 Jahre alt und ich komme aus Syrien. Ich bin 12 Monate in Deutschland und fertig. Und letztendlich und riesig aufzunehmen. Wir haben das Projekt als Tanzprojekt bezeichnet, aber viel wichtiger als die Vermittlung von Schritten ist eigentlich das Vermitteln vom kreativen Arbeiten. Es geht darum, den Kindern beizubringen, wie aus Ideen Szenen entstehen können. Vor allem auch darum, dass sie sich trauen, sich selbst ins Projekt einzubringen. Das Projekt ist ein, was sie sich selbst in der Welt verletzten. Das Projekt ist ein, was sie sich selbst in der Welt verletzten. Amen. 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 Amen.